Magisches Schloss! So, ich gehe jetzt in die Praxis. Ah, und ihr wollt wohl auf den Spielplatz? Aber damit spielt man doch im Sandkasten. Aha, ihr wollt an den Strand. Geht aber nicht barfuß, ja? Ja. Was ist das? Bobby, du kannst den nächsten Patienten reinschicken. Fuchs, Brache, bist du in ein Segel gedreht? Du solltest doch nicht barfuß laufen. So, beweg dich nicht, ich ziehe jetzt die Stachel mit einer Pinzette raus. Das ist ein Segel. Ah, beruhig dich. Ich habe doch schon alle Stachel rausgezogen. Ja? Ja? Fuchs, wir cremen dein Gesicht mit einer Salbe ein.